Dieser Mercedes-Benz Vito ist hier zum Verkauf angeboten. Der blaue Kombi ist 5-türig und bietet Platz für 8 Personen. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 30.000 km. Die Erstanmeldung war Anfang 2013. Der Kombi besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Start-Top-Automatik, Bordcomputer, elektrische Fensterheber, elektrischer Seitenspiegel, und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der Diesel eine Leistung von 163 PS an ein Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei 7,2 Litern pro 100 km. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017